Kannst du mir da bitte erklären, worum es in diesem Spiel geht's, Hau, Winn? Ähm, du musst Tauben daten. Warum muss ich Tauben daten? Was? Ähm... Es gibt eine Hintergrund-Story. Das Spiel jetzt... Während du das erklärst, start jetzt einfach mal ein neues Spiel, ne? Ist das Spiel jetzt eigentlich ein Visual Novel? Das ist ja schlimmer als... Ja, im Grunde glaube ich schon. Ähm... Erkonsentivations, please enter your name. Ist dann einfach so... Es gibt insgesamt 14 Enten im Spiel, wenn du alle 14 Enten freischaltest... Wenn du gewinnst, ähm, bekommst du noch einen Weg, nur den kannst. Und, ähm, in dem wird dann die komplette Backstory von dem Spiel erklärt. Es gibt ne Story? Ja. Oh man, oh man, warum fühl ich mich jetzt irgendwie bei Dragon Guard? Öh, du hast ne Story, dann kriegst du das Ending ein, dadurch kommt... Dragon Guard einfach. Dadurch kriegst du das andere Ending, dass das was weiteres Ending ist, wo die ganze Geschichte auf den Kopf stellt. Danach musst du noch irgendwelche Bedingungen erfüllen, um weitere Ending zu haben. Alle Waffen sammeln. Einfach alle Waffen sammeln. Du darfst nur 3 bis 5... Renter your last name. Kein, also mein Volna war halt schon kacken gewesen. Ich dachte, das war alles, was ich eingeben darf. Äh, Oma. Oma ist Nachname. Dein Name ist einfach Kovuk. Ich brauch... Ich mag... Ich mag Dragon Guard. Ich hab 3 Tage gebraucht, um den Bossland Teil 3 zu töten. Wind. 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 So. Ist Kackenwind okay? Ja, Kackenwind ist okay. Allein schon Kacken Ausrufezeichen Wind. Haha, toller Lachen. So, okay, yes. Hey to full boyfriend. Ich höre übrigens zu Leute, willkommen bei... Mindwet x6. Oh nein. Willkommen bei... Willkommen bei... Mindwet x7. Nicht. Willkommen bei... Mindwet x8. Auch noch nicht, weil das leider nicht bei mir läuft. Willkommen bei... Hey to full boyfriend. Äh... Dass ich so etwas live erleben darf. So ein blöder Sauf, wenn meint so irrisch wieses, äh... Das Spiel... Steck dir das einfach und jetzt gucken wir uns... Hey to full boyfriend. In Klauze, Powerful Visualization Mojo. Allow even the birdies of birds to appear small with humans when first introduced. Was? Was? Das war nicht bescheuert. Display Human Portraits. Wieso Human Port... Wieso Human Portraits? Weil es das wichtigste Feature ist. Was? Display Human Portraits. Soll ich jetzt Yes oder No machen? Muss erst gucken. Und alle sicherlich vögeln. Yes. Ich sag die Human Portraits. Ja, ist aber nur beim ersten Mal, wenn man die sieht, dann wird so ein... Menschliches Anime Portrait von denen eingeblendet. Oh man! Oh Gott! Okay, machen wir. Konfiguration Saved. Okay, wir fangen an mit Kacken Wind. Sind wir... Wieso eigentlich Pigeon? Wieso eigentlich Pigeon? Bei Pigeon? Ja. Das ist... Das eilgriechische Wort für Liebe. Aha. Toll. Ja. A school blessed with intensive curricula and facilities. It's already been a year since I ended with my ordinary life and walked through these gates. I should probably say, the school is no for of all playing in particular. The school in Shepard and Snow, the world's greatest gathering place will give the birds. Birds, who want to study to answer science, even sports, all come to some tened nations. The teaching staff and student party are both made up of different best blend of birds. Ich habe oft gefragt, warum ich mich hierher wähle, obwohl ich nicht ein Achtung bin. Es ist eine lange Geschichte. Nicht jeden Tag sehe ich, dass ich mich hierher rauskomme. Oh Mann! Warum hast du dich da eingelassen? Und dann steht da so ein Kacken aus und bezeichnet da, Ryota! Lose, du hast mich bereit für eine Stunde, aber keine Kacken! Oversnappt! Oh Gott! Oh, Ryota Kabara, so sexy! Wadda Kabara, slap deine Scheiße oder was? Dieses Rockdove ist nennen Kabara Ryota. Wir haben Freunde, seitdem sie verabschiedet wurde. Aha! Er kann sich ein bisschen schrecklich sein, aber er ist sehr wichtig, wenn sie nicht. Entschuldigung! Kacken sagt... Kacken war ein bisschen zu schwer, heute zu fangen. Ich kann mich nicht ohne Rettmeid in der Mitte reisen. Leben als Anfänger klingt so gut. Ich bin froh, dass ich dir ein Kacken machen kann. Ich kann dich auf dem Anfänger auf dem Anfänger klingen. Dankeschön, Ryota! Ich hab jetzt eher nach so einem anderen Ding gedacht. Oh nein! Es hat geklingelt... Oh, die Bellen sind schon! Komm schon, wir müssen uns zur Klasse rauf! Und Ryota sagte zu dem Jeep, dass es kein guter Problem ist, dass sie am ersten Tag klingelt. Oh, verdammt! Und so hat Ryota mich nach der Schule gebracht. Heute ist der Anfang des neuen Semester. Ich wundere, was in der Schule liegt. Es war alles, was ich konnte, um die Atmosphäre des Jahres zu verbessern. Wenn ich meinen letzten Tag klingelde mache. Blablablablabla Das ist so ein japanischer Typ. Hey, ich bin froh, Leute. Die größte Akademie aus den Fischen. Weißen Fischen und vor den Fischen. Gut, dass ich dir den Namen nicht aussprechen kann. 1. Term. Okay. Ich denke, wir sind in 2.3. Ryota und ich sind in der gleichen Klasse wieder. Oh, und Fäße, neue Fäße, streng schwirren, füllen mein Herz. Ich schaue mich an, als ich schaue mich an. BIRD! 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 Ich hoffe, dass ihr alle zusammenkommen. Hier ist die Formation der vielen glücklichen Erfahrungen. Saufhin, was sagst du dazu? Ja, ich hoffe das auch auf jeden Fall. Aber Saufhin sagt gut. Toll. Ich hoffe eigentlich, dass wir viel Tod und Verderben erleben werden. Gott. Es gibt Tod und Verderben im Spiel. Es gibt Tod und Verderben im Spiel. Du kannst sterben an manchen Enden. Im Ernst? Ja. BIRD! 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 Oh, die Lehrer sind hier! Guten Morgen, alle! BIRD! 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 what they say... No, he's just a boазыв! Is this a little warm here? Which reminds me think we have . Student. So richtig so Student So richtig so Student 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 Please introduce yourself Shirogane Oh, oh, Sakuya Oh, what is the point? I have no wish to speak with Komonos Do not think I'm here because I wish to be Oh Oh, well I guess that's that Oh, okay. Hey, 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 that's no good But he doesn't want to introduce himself Kacken sagt What you want, just let him break the roots like that, sir The system will collapse Kacken Ausrufe Can that sound like a love story Kacken, you are so sexy We will collapse and we are all Turn into a cooler Und für alle Leute, die sich wundern, was ist die für komische Menschen gerade in der Aufnahme sind Das sind die Leute aus der Zuschauer-Compu Der wir im Livestream geredet haben Und dann will ich jetzt sagen Und dann will ich jetzt sagen Und nachdem wir jetzt, äh Nachdem wir jetzt das Tau-Film mir einfach dieses blöde Scheiss-Spiel gesendet hat Bestraf ich sie damit, dass sie das gerade mit mir erleben müssen Das ist keine Bestrafung Ich schau mir grad den Trailer dazu an, oh Gott, sieht das scheiße aus Was, das sieht scheiße aus Was willst du eigentlich mehr? Also ich muss sagen Diese Taube sieht schon sehr sexy aus Also Ich möchte schon was anmerken Schon allein, dass die Taube in Trailer geht Warum sind das so dumme Anime-Bilder? Anni, fress it! Okay, du musst einfach den Doktor daten Es gibt keinen anderen Charakter, den du daten musst Einfach den Doktor Es ist Doktor Zoube What the fuck Okay Fuck Fuck Well then you put it like that Could it at least you say your name Siogane Oh, oh, oh Pong 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 Siogane Lebel Sakuya Oh, oh, oh Sakuya Lebel Oh, ich bin ein ganz hübscher Vogel Oh, ich bin so schwul Ja, it seems this handtame is Siogane Sakuya His feathers would make any birdie proud Any birdie Any birdie Any birdie Any birdie Any birdie Sakuya Sakuya Any birdie Any birdie Any birdie Any birdie He's pretty stuck up But then transferring is never easy I hope we can be friends Sakuya sits down Daring daggers at Ryota and me I think his little bird is telling me There's going to be trouble down the line That's a red oil The day is slopping by so quickly That reminds me I have these birds out From library on summer I'll RETURN IT NOW No Where is everyone aside from the reception of this? There's hardly anybody here Anybody 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 Huh? There's someone looking at me Probably just my imagination Oh nein, oh, we are such a poor Or not A burning ghost stands in a dark corner Staring in my direction Burning ghosts aren't very common in Japan But apparently they are everywhere in America And Kacken 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 Not really I'm pretty sure it was him who I felt looking at me There's no one else here Kacken 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 Yes, I don't want anything with you It's a saying you're caring that I'm interested in Oh no Oh no He glanced at the death as if to say Hurry up and return them already Kacken 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 Oh sorry There were already two dead and I never finished them Are you ready for him all to the summer? Punkt, Punkt, Punkt He suddenly returns his gangsters broke Maybe he is in the middle, Mary is in the middle I am wind Kacken What about you? Naagiki makes me pum 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 It makes a lot more sense Kacken says You are pum 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 Naagiki Fu chu chu shiro Naagiki Freshman Was? Der sieht aus wie eine Frau. Der sieht voll aus wie eine Frau, ey. Puchiji und Naki. Ist der alle aus der Frauen? Ja. Mordling-Durls sind ziemlich rar in Japan. Mabern-Sosses-Voiz. Spoiler! Spoiler! Aber sie sieht es ziemlich schade. Lass mich allein. Er redet Brooks wieder. Okay. Ich meine Kackensack. Okay. Sorry to bother you. Kackensack. I keep meeting depressing people today. Kackensack. Now that I have that out of the way, I think I will have back to class. Wait, isn't that? Oh, das ist der hübsche Vogel wieder. Sakuya. You should have been instructed not to approach in school. Come on. Und dann Yuuja ist auch da. Yuuja. Ich glaube bei dem Strip-Ending, dass du ein weiter Kerl bist. Komm schon, Sakuya. Welche Dinge ist das, zu deinem eigenen Bruder zu sagen? Nach all diesen Jahren. Mein Bruder? Du musst schlafen. Du hast niemals ein Bruder zu mir gewesen. Bitte nicht, zu mir wieder zu sprechen. Ich habe keine Zeit für die Hübsche. Ich werde jetzt gehen. Hey! Warte! Ich bin gerade in der Skull. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Das ist wirklich alles. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Jetzt ist. Jetzt ist. Jetzt ist. Jetzt ist. Oh, das ist nur. Oh, das ist so. Aber ich denke, ich habe gerade etwas überrascht gehört. Der immer-populär Trendsetter-Navysman Sakazaki Yuya ist Sakuya's Bruder. Ich weiß nicht, was die Geschichte dahinter ist. Der Manns-Lady. Hey! Kacken sagt Ausrufezeichen. Oh nein! Mehr sagt Ausrufezeichen. Du hörst das ganze Ding, richtig? Ich, dein Freund von Sakuya? Kacken sagt... Ah, 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 I'm sorry. Ah, 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 ah. Ich habe nicht geblieben, dass sie dich aufhören. Kacken sagt Ausrufezeichen Fragezeichen. Ha, 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 er sagt das. Ah, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ich versuche, sexy und zuhören vor all deinen kleinen Frauen. Aber das war nicht zu cool. Oh, wenn wir sehen, jetzt gibt es ein gutes Bild von ihr zu sehen. Oh, Yuya Sakazaki. Oh, das ist der ganze Video. Und ist der Sakazaki Yuya, ein Abbau-Klass. Oh, oh. Ich hab nie ever gesprochen mit ihm, als erfamilisch oder infamilisch gemacht wird, dass er schuL ... ... EVERYBODY KNOWS OF HIM EVERYBODY Every 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 So Jesus Was Gabe? Jetzt haben wir viele Leute kennengelernt, Yuujab sagt, du bist Kacken, richtig? Kacken sagt, wie hast du das gemacht? Ich weiß jeder hier, jeder Das ist nicht meine Finalform Jeder 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 Das heißt kacken Jeder 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 Ich weiß jeder Jeder Ich weiß jeder Besides, du bist der einzige Mensch Oh Gott A single poppy in a field of rye Did you say you were a friend of Sakuya's? Kacken sagt, not exactly, we had a rather ballistic introduction this morning Kacken sagt, we are in the same class, that's all Kacken sagt, I'd never have thought this, I'd stock up aristocrat wannabe was your brother Aristocrat wannabe? He is an aristocrat, actually They're a genuine article on the flash He is He is a bit of pain, so good luck, mon ami Adieu Mon ami Mon ami He is really a noble bird Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von diesen tollen Netshow Hate the whole boyfriend Wir haben viele Personen, meine Vögel kennengelernt Und wir haben viel gelernt, was uns nicht interessiert Wie machen denn die Vögel machen die Cheap? Nein, die Vögel machen teap Bio Die Vögel machen immer teap Immer teap? Cheap Cheap Vögel! Das ist gut, die Vögel müssen immer teap machen Die Vögel machen immer teap Immer teap Okay Und bis dahin Cheap weiter Immer daran denken Die Vögel machen nicht nur ein bisschen teap Und da wohnen! Oh nein! Sie machen immer tief! Sie machen immer tief! Voll tief! Immer tief! Immer tief! So! Danke fürs Zusehen! Und dieses Mal geht's da nicht weiter bei HATEFUL BEUFEL ist Seite und ich muss wieder eng einen aus dem Kopf hier bestrafen! Also! Tschüssi! Das ist aber keine Bestrafung zu sein! Jetzt sagt Tschüss! Jetzt hört auch so auf die Seite und sagt Tschüss! Ja, immer tief! Immer tief! Nie wie hoch! Toll! Diesmal will ich unbedingt bestraft werden! Ähm, ja! Wie machen die Vögel? Immer tief! Ich strafe mich! Immer tief! Immer tief! Außer wenn sie schlafen! Nein, dann machen sie auch tief! Ich muss dir entschlechten, sie es dir aus dem geben! Die machen immer tief! Du verstehst das nicht! Immer heißt immer! Sie machen immer tief! Überall! Überall! In jeder Zeit! Immer tief! Bist ihr sicher, dass nicht ein... Ein einziger Vogel immer Tschsch macht? Nein, immer tief! Ein einzigste! Ein einzigste! Ein einzigste! Ein einzigste ist kein Wort! Ein einzigste! Ein einzigste! Ein einzigste ist kein Wort! Stellt euch mal vor in der Schule bei... Äh... Der immer vorbeihätte! Wo Boy... Boyfriend wäre auf einmal... Herr Turis! Sir, wo ist Ryota? Ich rieße das! Herr Turis! Kazuyaki? Sie sagte, du warst Kugel unseres Imperium! Vielleicht solltest du gehen und sehen, ob er noch da ist! Okay, jetzt höre ich aber wirklich auf! Ja, danke! Vögel machen nicht nur ein bisschen cheap, sie machen hier nämlich immer cheap! Immer cheap! Immer cheap!